Ein Leben, ja? Richtig hart, Kalter! Achtung, Achtung, Achtung! Was ist los? Hallo! Die sind drauf gejohlen! Nein, die wissen ja wo wir sind, Sicker! Hey und herzlich willkommen zur 10. Folge! Es ist wieder Fight am Start und jetzt joinen direkt, oder? Ja! Ja passt! 23, go! Jetzt schon drauf? Okay, go! Alter, wie es dann in der Nether hoffentlich nicht weggesprengt? Na, es schaut nicht so gesprengt aus! Nee, also die Falle steht noch leider! Ja! Ich habe noch zwei Diamantteile mit Schutz dabei! Hier! Die kannst du auf deine Hose machen! Ja, warte! Hast du einen Abbus dabei? E-Prot 2 habe ich schon! Achso, du hast Prod 2 Hose! Ja! Ja! Genau! Ja komm, lass zum... Nicht an den Ofen! Na, und alle dann's fett! Warte, den Potion könnt ihr da nicht tun! Richtig cool! Ja! 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 Wir müssen sogar in die Richtung rennen, wo unsere Teamschiss ist, glaube ich! Das ist gut! Warte, wir kämpfen noch einmal in die... Wir... Ich weiß nicht mal, wo unsere Teamschiss ist, aber ich glaube, die ist auch in die Richtung! Wir treffen uns sogar ziemlich genau bei unserer Teamschiss mit denen! Ja, das ist cool! Warte, es ist mir jetzt im Nachhinein sogar erst aufgefallen! Bauer 2 oder Bauer 3? Hast du Bauer 3 eigentlich schon? Äh... Keine Ahnung... Achso! Bauer 3 habe ich ja! Echt? Ich wollte das doch anbrennen! Hast du? Ups! Stimmt! Digga! Mann! Ich wollte das auch anbrennen! Ah, jetzt! Ja, ich mach das halt gleich im Kuhmüll! Hm, lecker! Achja, das wollte ich dir noch sagen, ähm... Pferde brauchst du nicht anbrennen! Die droppen kein Fleisch! Ahja, lol! Weil ich das in deiner letzten Folge so gesehen habe! Genau, ja! Genau, ja! Du kannst wieder essen! Also! Bist du dabei? Ja! Jetzt haben wir wenigstens ein bisschen was an Essen! Hm... Tak! Ja, hier muss ich stehen! Wenn ich mich jetzt nicht komplett geirrt... Ahja, da steht's! Da hat jemand einfach ne... Ist das ne Falle? Na! Sag nicht! Oder hast du das geplaced? Na! Na! Drei Minuten! Na! Ja, du kannst ihn eröffnen, aber nix reinlegen! Warum? Eigentlich? Den Ofen! Ja, es sieht so aus, als wäre es keine Falle! Okay! Oh, das ist schon wieder... Oh, das ist schon wieder... So, man ist auf dem Falschen! Du brot 1, eine... Bauer 2, eine... Und unbreaking... Du hast dann wie viel gekriegt! Wie viel gekriegt! Hab's uns regnet! Ich mach mir mal ne Eisenachs... äh... Eisen... Spitzhacke! Ja! Ja! Aber schau, dass sie uns nicht überraschen! Oder ich schau! Oh, ich hab keine Ahnung, was jetzt alles da lassen soll! Und... Hau eins! Ich könnte noch ein... Die Schienen werfen wir weg! Ich könnte noch ein Buch verzaubern! Okay, mach das! So, hier... Blöcke! Wolle! Weg! Was findet ihn schon wieder nicht an? Das ist schwer! Danke! So! Wie viel Zucker hast du überlassen? Machen wir es so! Ähm... Ich hab alles reingelegt, was ich übrig hatte! Okay! Aber wir haben noch ein bisschen was bekommen, glaub ich! Die Power 1, Armutrick! Blut nehm ich noch mit! Und Protection! Cool! Nice! Ich mach Protection auf... Meine Boots! Geil, wenn's Armut war! Brauchst du noch irgendwas? Ähm... Eigentlich nicht... Nö... Okay... Pfeile... Aber... Können wir uns ja leider keine mehr machen... Oder was hast du jetzt? Für... Rüstung? Ich hab... Prozapo 2 und einmal... Projektil 2 und einmal... Projektil 2 und einmal... Soll ich lieber... Einmal schusssicher auf der Hose haben... Und den Rest... Schutz... Oder lieber... Komplett Schutz? Ich lass einfach einmal schusssicher... Das ist, glaub ich, besser! Ja! Kommst du? Ja, hab grad einen Grabstein aufbaut! Für Kohle... Ja... So, jetzt müssen wir mal hin, glaub ich! Ja... Ja... Ja, wir sind ja da! Ich hab fast nix hingemacht bei mir... Also... Weißt du, was mir auffällt? Das sag ich, Alter! Genau hier haben wir uns mit Kohle getroffen! Okay... Ja, ich hör mir ein bisschen Echo, aber es ist nicht so schlimm! Ich stell's mal das mit dem Zoom an! So... So drüben sind sie, oder? Na? Ich sehe es nicht! Na, ich weiß nicht, wie die das wieder gesehen haben... Ich hab mal einfach noch 8 Level! Ich könnte halt noch was... Hä, bei mir war das Schwein angebrannt! Okay... Warte, die kommen aus... ...der Richtung? Ne... Aus der Richtung kommen die! Kommt Uhr? Wo ich jetzt hinschaue! Also die müssten da aus dem Wald rauskommen! Welche Uhr? Welche Uhr? Mhm! Oh man, diese... Anspannung! Ich bin viel zu angespannt! Ich hab fast gar nix mitgekommen! Das heißt, wenn ich sogar sterben würde, wäre das... Aber na, wir haben nicht vor zum sterben! Ne, nicht so! Hätte ich jetzt nicht so Lust drauf! Nur 15 Pfeile eigentlich! Aber ich schau nochmal zur Kiste, vielleicht ist da immer drin! Ich hab 17! Ich geb die noch ein, warte! Ja, so genau! Danke! Der eine Pfeile, was alles retten wird! Der reißen! Boah, ich zitter grad so weit! Also ich muss auf jeden Fall sagen, wenn sie in einen Bow Spam gehen und 3 Pfeile haben, lassen wir es dann einmal alles ausschießen! Und wenn sie kommen, und wenn sie nur einen von uns zwei haben wollen, dann müssen wir schnell wegrennen und so! Ich glaub nämlich, sie wollen fix immer nur zu zweit dafür angehen! Denke ich mal! Ach man, das ist gar nicht gut! Ich zitter grad so arig! Das ist... Viel... Irgendwie echt mehr als beim letzten Five! Jaa... Jaa... Ich eigentlich ja! War aber schon so lang geworden, irgendwie! Jaa... Glaubst du jetzt noch irgendwas wertvolles in der Kiste, was wir brauchen könnten? Glaubst du nicht! Bei uns? Oder bei den anderen? Bei uns? Oder bei den anderen? Bei uns! Glauben nicht, ne? Mhm... Ich find das so widerscheiß brutal! Sie verorschen uns wahrscheinlich nur! Schau mal, was ich machen kann! Kannst du das auch? Ach du, hinter dir! Na echt? Nein! Schreck mich nicht so! Piste, David! Sag mal, vielleicht brauchen die... Wie alt? Wie alt? Wie alt? Achso, ja stimmt! Die mussten sich ja erst hochbauen! Die waren ja auf Höhe 11! Okay, ja! Wir könnten aber noch irgendwas holen, ich weiß ja nicht! Glaubst du, die sind voll dir? Ja, ziemlich glaube ich! Aber ganz nett! Also 3, 4... Also in der 8. Folge waren sie halb dir! Jeder! Also die hatten 21 Diamanten! Und jetzt waren sie auf Höhe 11! Das heißt, die haben die 9. Folge auch noch gefärbt! Also könnten sie beide 3 Viertel sein! Oder einer full, der andere 3 Viertel! Irgend so was schätze ich! Aber du hast ja ziemlich gute Rüstung eigentlich! Das stimmt, ja! Aber ich hoffe, die haben nicht Firespect, aber ich glaube nicht! Boah, das wäre ja richtig schlimm! Noch 6 Minuten! Hey, wie geht die Zeit? So ein Koeman! Ich würde doch nicht! Ich schaue nochmal zur Kiste, okay? Ja! Kommst du mit? Ja, wir sind nicht mal richtig! Wir sind wieder ein bisschen weggerannt von der Koordinaten! Okay! Aber wir waren halt fast da! Also dass die uns eigentlich sehen müssen! Hier ist es nämlich! Ja, wenn sie da sind, sollten sie eh es zu sagen eigentlich! Da hinten! Bei uns vergessen! Da kommen sie! Sie sind da, ja! Hä, die sind halt... Hall... Ja, du hast circa so gedacht, wie sie quippt! Ja, jetzt bin ich überrascht und gespannt, was die Überraschung ist! Vielleicht Firespect oder so! Hat er gesagt, ja, die Überraschung? Nein! Aber davon gehe ich aus, weil sonst würden sie nicht im Full Deer nicht mehr ausfordern! Nein! Ja, wir haben halt keinen Pfeil! Ich will nicht schießen, wir haben so wenige Pfeile! Ich habe ihn einmal getroffen! Wir machen denen halt so viel Schaden mit Powerdruck! Also... Wenn wir viele Pfeile hätten, wären die so ripped! Dann hätten die gleich keinen Healing mehr! Haben wir den Wicht? Jetzt gehen wir hier leicht links! Ich habe noch mal eingetroffen! Da hätten wir Low Ground! Da haben wir die ganze Weile ein! Hä? Ja, bei mir ist aber... Sie kommen einem näher! Ja! Die gleich mal essen! Ja, kommt schon! Ey, wir müssen aufpassen! Ja, deswegen machen wir nur einen halben... Hinter dir ist die Schlucht, pass auf! Ja, lass mal weg von der Schlucht! Lass mal hier nach hinten rennen! Hier ist ein bisschen kacke der Spot! Siege ja so! Okay, hier ist besser! Hey, da wiesch jetzt nicht! Hammer! Habt schon mal die noch mal! Sie wollen richtig pushen! Ja! Ich hab jetzt noch mal ein paar Pfeiler! Die haben definitiv mehr als wir! Es ist ja eine Dreiviertel hier! Du hast nicht vergessen, dass wir uns gegenseitig schlagen dürfen! Oder können! Ja! Ja, was ist das? Lass dich nochmal mit dem Bogen anhäten! Lass dich nochmal mit dem Bogen anhäten! Hey, du kommst! Er kommt! Er kommt! Ich hab... Ich hab Schwali! Er kommt! Okay! Hab ihn gut! Achtung! Was schlage ich hin, Alter? Bin fast tot! Nein! Ein Leben! Muss weg! Renn weg! Renn weg! Ich muss zielen! Renn weg, bitte! Ja, bin neben dir! Die können sich boosten! Fuck! Ich lass noch einen Goldapfel! Und dann können wir drauf! Ja, ich muss halt gappen! So, jetzt lass ihn! Jawoll, die machen gut Schaden! Na, scheiße, entschuldige! Zweieinhalb Leben! Ja, sauber! Scheiße, Flügel sind Lava! Was auch? Sauber! Jawoll! GG! Ja! Alter! GG! Ja, der siegt sich leider nicht, oder? Boah! Ich war auf EIN im Leben! Hey, schnell looten! Wir haben nur noch... Wir haben noch 2 Minuten 50! Also... Alter, was haben die mir so viel Schaden gemacht? Alter, echt? Du warst so richtig laut! Dein Leben, ja? Richtig hart, Alter! Achtung! Achtung! Was ist los? Die sind drauf gejollen! Nein! Die wissen ja, wo wir sind, Sicker! Hey, was machen wir jetzt? Gegen dich würde ich nicht fighten, ich sag's dir ehrlich! Ja, wenn die kommen, rennen wir weg! Okay, passt! Oh, ich bin zu aufgeregt! Ich bin aufgeregt! Noch ein Enchanter! Hey, dem Sofa! Und alles Sachen! Die haben halt alles dabei gehabt! Ja! Da liegen noch die Brustpanzer, den will ich auch mitnehmen! Ja! Passt du kurz auf, dass niemand kommt, da liegt noch ein... noch Zuckerauer! Schon 2 Tierbrust! Schmeckt! Boah, ich bin zu aufgeregt! Du, ich geh kurz zur Kiste, kommst du mit? Wir können nochmal herstellen! Ich muss noch einen Schutz einzeln, den will ich drauf machen! Dann habe ich... Dann habe ich 3 Viertel Schutz 2! Ja, passt! Ja, 10! Und ich habe jetzt 1 Schärfe 3 Schwert! Äh, ich hab 3! Ja, warte! Nein! Das war echt nur noch 5! Warte, ich droppe dir... Ich habe jetzt 7 durch 6! Willst du noch einen? Ja, bitte! Aber wir hätten saufel Gold zum Braten! Wie ein ganzes Stack! Echt? Ja! Woher? Jetzt vom Fight! Achso, ja lass das direkt machen! Ja, wo bist du? Okay, dahinten! Jetzt Richtung Team Chess! Ja! Ähm, haben wir jetzt alles gut? Ich bin mir nicht ganz sicher! Ja, ich habe alles eigentlich durchgeschaut! Okay, passt! Bist du bei mir? Ich mach... Ähm, ja! Stell dann den Armbus auf! Dann mach ich noch, ähm... Ein Pro 2 Teil! Dann habe ich alles, was ich Protection habe, auf Level 2! Oh, ey! Dein Flitzer! Oh mein Gott! Da steht ein Skeletten mitrüstung! Ich dachte, das sind Gegner! Ah, okay! Nein! Du hast halt echt den Ofen benutzt, ne? Ja, ich bin zu... Mein Schwert ist fast halber kaputt! Hä? Das eigene Schwert hat einfach Rückstoß 1! Als ob die mit dem gekämpft haben, glaube ich, irgendwie nicht! Ich hab die, glaube ich, in den Fight nur ein einziges Mal gehittet! Hä, das ist... Der Helm hat halt noch... 13 Level für den Helm! Okay! Aber ich hab's gemacht! Ist halt gut, wenn ich... Schutz 2 habe! Hm! So, ich hab jetzt... Zwei Schärfe 3! Und ein Schärfe 4 Schwert! Also lass dann nach nochmal aufnehmen und den Data... Eben noch Brot Arns Schuhe eine dann! Okay! Hey, nimm das Ganze gut aus! Also schnell! Warte! Äh... Hast du das? Der Lord! Jo Leute! Das war jetzt die 10. Folge und wir haben einfach Wali und Nilha gewonnen! Damit haben wir jetzt 3 Kills! Und... Ja! Mal schauen! Ob wir vielleicht noch einen Fight direkt machen! Oder ob wir jetzt einfach mal ein bisschen chillen, in Nater gehen und uns equipen! Ja! Dann würde ich sagen, wenn euch die Folge gefallen hat, schaut beim Alex vorbei! Und dann lasst ein Like da! Und dann bis zum nächsten Mal! Ciao! Servus! bis zum nächsten Mal! Bis zum nächsten Mal.